Ich hab ganz vergessen. Ja. Äh, achso. Boah, vielen Dank auch. Ganz ehrlich, jetzt beten hier vier Leute und ich glaub, ich geb dadurch ein bisschen Baff und da ich in meiner Switch-Version keinen Gareth hatte, weil der war tot, der ist gestorben, aber nicht auf Ark, sondern der ist ja, ich weiß gar nicht, wo ist er gestorben? Im dritten Ark? Ich glaub, auf der namenlosen Insel ist er gestorben, weil da ist er ja, hab ich dieses Event mit Alexander geskippt und so weiter, da ist er vorgerannt und bombbarer weg, hab ich nur seine Leiche gefunden. Das heißt, ich glaub, jetzt hier einen stärkeren Buff haben als auf der Switch-Version. Ich hab einen höheren Level als auf der Switch-Version. Ich bin, glaub ich, generell besser aufgestellt bei den Quartieren von den Items her als auf der Switch-Version. Ähm, und dennoch glaub ich, es wäre effektiv, wenn die kommen würden, die vier und mitkämpfen, als dass sie hier stehen. Das ist einfach die schiere Anzahl an Leuten, weil ich glaub, ich gegen sehr viele kämpfen muss, wenn ich es falsch machen würde, aber egal. Okay. Okay. Welcher von uns vieren? Oh ja. Oh ja, guter. Ich mag ihn einfach. Es gab keinen Grund, ihn überhaupt nicht zu mögen oder ihn zurückzulassen. Keine Ahnung. Er ist einfach ein guter. Ich frag mich nur, ob ich hier noch mehr oder andere Leute sein können als diese vier. Das hab ich nie in Erwägung gezogen, aber theoretisch könnte man vielleicht... Hätte man eventuell, ähm, wie ist er noch gleich? Äh, die olle Hexe, die Zippe, die immer uns wieder angriff. Wenn die Windigo. Hätte vielleicht auch hier sein können, aber ich hab sie ja nicht erlöst, sondern sie danach suchen lassen. Vielleicht wäre sie dann auch, ich weiß nicht. Ja. Verehrt. FP-Kosten. Überlegen. Überlegen. Was sind FP-Kosten? Was ist ein FP? Äh. FP? Ist kein AP. Was ist FP? Äh. Ich weiß es nicht. Was ist FP, liebe Leute? Was bringt mir das? FP. FP. Quellen? Nee. Brauch eins. Quellenmagie? Boah. Quellenmagie? Weniger. 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 Wo ist ein... Brauch ein. Nö. Brauch so viel wie immer. Das ist es nicht. Was macht denn das bloß mit einem? Das zu einem Buff? Also oftmals bringt mir das Buff gar nichts. Ich weiß nicht was FP sind. Fitnesspunkte. Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Meine schön. Das zu haben. Denke ich mir. Aber hm. Ja. Boah. Mehr auch nicht. Guck mal. Lucien. Ich weiß wer du bist übrigens. Lucien frowns at Vriederman. Then bestows a benevolent smile upon you. All that you know of him flashes across the panorama of your mind. Lucien. You lying snake. Genau. Genau. You betrayed me. You used me to bring death to my own people. And for what? To make the world a better place? Look around. Genau. If I'm my friend. Nein. There were many sacrifices that had to be made. You were but one. Each of them paid me but I would make them all again. Da war es wohl nicht so schlimm, huh? Lucien. We should tell him the truth. Ja bitteschön. Yes. I agree. It is time we dropped our masks. Richtig. Dallis nods. Then reaches for the sides of her head. Where there was one face suddenly there are four. Mhm. She takes off the mask of the shapeshifter. Aha. A skull is revealed. So old and ancient as the void. Tja. I am eternal. I am eternal. Aber ihr wisst es nicht. Haha. Überraschung. Krass. Oder? Dallas ist eigentlich eine ewige. Aren't they just full of surprises? Das ist Heavy nicht erklärt. Haha. Aha. So wie du oder was? Na klar. Ja, ja, ja. Natürlich. Ja, ich steh vor dir. Mhm. Du bist ruhig. Genau. No. Our king forbade the seven to reach for this power. But they didn't listen. Instead they rebelled and sent the king and his people into the void. Mhm. With the source they stole from the veil. The seven created the races so they would have worshippers. Mhm. Mhm. Äh. Really? I'm shocked. Ruhe. Shut your mouth, Godwoken. I tell you the truth. Mhm. Mhm. He hesitates, then here is the truth. I have killed thousands, perhaps millions, for the greater good. But I made a mistake. Ja, mindestens ein. It was my use of death fog that opened the door to the god king. It upset the veil and took the seven by surprise. Mhm. Mhm. My one mistake meant all those sacrifices were for naught. Those sacrifices must have meaning. They must stop the void once and for all. Aha. Verstehe. I seek vengeance against the king and against the seven. Mhm. There is more, but she hesitates to share it. Then she decides that she must. Ja, genau. See you also. I was a child when the god king tore my family apart. I was purged of swords and left to rot in a putrid tomb. A child. Ja, ja. It was hell. A hell I suffered for the sins of my father. He was the one that betrayed the god king. He was the one that told the seven the secrets of the veil. Oh oh. The cruel joke of it all is that the same tomb that housed my tortured body is what sheltered me from the void. Few eternals escaped that fate. Myself. My mother. And. Fane. 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 Okay. Aber, aber, aber. Okay. Finde ich aber nicht. Ich bin jetzt überlebt. Okay, klar. Nein, ich glaube nicht. Nämlich in diesem Spiel jedenfalls. Ja, ist er wohl. Dallases Reasons weren't mine to question. All that ever mattered to me was peace. Peace for Rivalon. Peace for me. Whatever the means. Mhm. Now we are on the precipice. Das da. You wish to apologize. Ja. Oh. Achso. Okay. Hm. You have but one path to atonement and Rivalon has but one path to redemption. You must give up your source. Nein. Must be purged. Nein. 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 She sacrificed herself for the betterment of Rivalon. Aha. She didn't do it willingly, mind you. Curiosity led her to the tomb. My hunger for source took care of the rest. I presume her bones remain there. Okay. And then I took her place. Face-Rippers are such marvels, aren't they? It didn't take long to realize that Lucian was the key to my vengeance and I was the key to the salvation of Rivalon. Man, die redet aber nicht so, als ich mal ihr trauen will, oder? Haha. Aha. Fies. Slurp, slurp, slurp. Sag mal. One more word from you and I shall use the leash. I had to hide from the gods. So I had the walls of this crypt equipped with Tenebrium and protections put in place. It worked. Everyone, even the gods, thought me dead. Ja, das stimmt. As divine, I was created, empowered to stop the void. I was the avatar of the seven, their strength and their weakness. My bond to them allowed me to drain them of their source. Was ist mit mir? Ich bin doch eigentlich auch, so wie du, nur noch nicht aus, bin noch nicht göttlich, aber auf dem Weg dahin halt, ne? Äh. Yes, in a sense. When the death fog was unleashed, many elves died. With fewer elves to worship him, Tiers and Dilius, we can... Mmhm. This gave the god king his first real foothold back in the world. Ah, jetzt verstehe ich das. To strengthen himself, he sent his void woken. The remnants of my people. To hunt down the sorcerers seeking to reclaim their source. So, also, war dieses Vieh von ihm gerade nicht eine zufällige, ewige, sondern sind alle ewigen jetzt diese Viecher? Aha. Aha. You see, blaming the sorcerers for void woken, made them easier to capture it. Verstehe. The Atteran now contains almost all of the source, the seven stole. Soon we will be able to heal the veil. Naja, was fehlt? The void shall be banished, and I, Lucian the Divine, shall return from the dead. Aha. A false divine, of course. Of course, I shall have no power, but the world will not know this. I shall demand peace, and we shall have it. Aber du wirst sterblich sein. Wobei, jetzt, ja irgendwie auch, dass man sein Tod noch nicht vorgugeln können, oder wie? The plan is almost complete. Ja, ich weiß. We have made so many sacrifices, God woken. All of us, of ourselves and those we love. One last sacrifice is required. For the future of Rivalon, you must surrender your source. Nein. Decide. Be the true hero and give up your source, or be forced to submit. Like a coward. Like a slave. Ja, mal schauen. There is no other way. Ach, die reden so lange. Hm. The world is required to close the veil. All of the source. Ja. We only lack yours. Nein, meine. Okay, warte kurz. Äh, das da. Good. You understand? Ja. The world shall not know this. I shall return from the grave, a divine without power. Yet all who desire power shall fear me. I shall carry the secret of my lack of divinity. Peace shall reign. Ich meine, zumindest wäre seine eigene Göttlichkeit auch aufgeben. Also ist das vielleicht nicht ganz, äh, äh, so. Ach, das ist doch sein Sohn? Das sehe ich gar nicht. Alexander was God woken. Once, years ago. I should have killed Damien. But instead took him as my son. Quite the mistake. Now, I was forced to kill Alexander, my blood. But once more, I could not. Aha. Wieso muss ich ihn? Heißt er, meine Quelle abgeben auch sterben für mich, oder was? The task fell to me. And me. And me. Was willst du eigentlich hier? Bracus Rexos. Hm. Hm. Okay. I was forced to make those beautiful people. I was as kind as I could be. I promise you that. Klar. Hm. So. Wenn ich das wähle, kämpfe ich gegen alle. Wenn ich das wähle, glaube ich nicht. Ich wähle mal eben, auf Spaß, das. More than enough. Far more. I will suffer him to live no longer. Wenn im Prinzip klingt das vernünftig, was er so sagt. So ist nicht. If Anne unsheaths his weapon. He stands by your side with every muscle tensed. Like a coiled spring. Fire blazes in his eyes. As he looks to you for support. Da. If Anne nods his thanks. Zack. Und jetzt habe ich Kampf gegen alle. Das wird anstrengend. Wie ist da vor mir dran? Ich habe noch extrem krassen Initiative wert. Na toll, gegen Eva natürlich. Wow. Schön. Also der Kampf ist super, super schwer. Habe ich es schon mal erwähnt. Ich hätte gerne volle Leben, aber die habe ich einfach nicht. Also nutzen wir, was wir nutzen können, würde ich sagen. Ein bisschen Heilung wäre jetzt mal wichtig. Zack. Die Sounderwecke sind sehr komisch gerade, aber ist dann wohl so. Na, ich denke, das hier bringt es eher. Warum auch alle meine Quellenenergie? Ah, ist egal. Ich habe sowieso nur einen Ansatz. So. War natürlich nicht so geil wie gedacht. Wie immer, momentan, irgendwie bei den ganzen Sachen nicht so mache. Ich kriege die Daumen wahrscheinlich nicht. Wie auch. Äh, ich habe nicht falsch gedacht, wenn ich mir das größte, ne? Fuck. Gar keine richtige Wache war eigentlich. Toll. Ich habe noch Quellen, Mike. Ist das hier, was die machen? Wer soll ich mit... Ach, da steht es doch. Mit unerschöpflicher Quellen nicht noch. Ich habe nur diese FP-Kosten gesehen. Nicht, dass da was drüber steht. Ich habe jetzt einfach mal keine Kosten mehr für... Okay, cool. Ich kann wahrscheinlich trotzdem nur einmal in der Runde das... Einmal im Kampf des Dingens machen. Inkarnationen gespüren. Ja, guck mal da rein. Soll ich mir doch hier machen sollen. Egal. Diesen hier. Flop. Flop. Sollte IFA vielleicht ein bisschen Rüstung geben? Ich bin mir nicht ganz sicher, was sinnvoll ist. Aber ich denke schon. Aber soll ich ihn heilen? Ist die Frage. Ich kann ihn eh kein physisch. Ich kann ihn bloß magische Rüstung verpassen jetzt. Oh, eine ganze Menge Rüstung. Artikel von mir jetzt einfach. Flop. Und eine Heilung. Ich hoffe, das hilft. Was sein Treffer überlebt, das Nächstes. Sonst wäre ich auch trof gewesen jetzt. Ich stehe hier, um mehrere Leute zu treffen übrigens. Oh, ich dachte, ich treffe den da. Vielleicht Lucian jetzt mit. Auch okay. Ein mehr, auch wenn es der falsche Ball nicht gelaufen war. Aber auch noch einer mehr als gedacht. Jetzt leider natürlich. Ich habe mich nur ein, um zu laufen. Statt beide. Und der ist ja noch gar nicht dran. Nach dem Bezirk vorher. Na ja, also so. Zack. Der Sound, der nervt mich trotzdem ein wenig. Der ist so eklig gerade einfach.